Ich will den Schlagzeug spielen! Nicht mehr immer dieselbe Scheiße hören hier! Ich habe den Schlagzeug extra mitgebracht! Ihr seid ja Arschlöcher! Immer hört ihr euren blöden Gitarren! Will den Schlagzeug spielen! Will den Schlagzeug spielen! Wenn du noch mit dem Fleischkass auslost! Auflost! Krutze fix! Dann ist es was! Fick dich in den Arsch! Machen wir einen typischen Ejakulationslaut an, ne? Fick! 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 Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Fick dich! Gut! Auf geht's. Jetzt musst du aufnehmen, bitte. Entschuldigung. Jetzt muss ich noch ein bisschen aufgehen, wenn ich die. Oh yeah! Wollen wir das als Intro nehmen? Das wäre doch saugeil. Das wäre echt cool. Das wäre doch saugeil. Was ist denn das für ein Ton oben? Das ist egal. Das passt doch wie die Scheiße. Das war nicht. Ich will nur nicht. Pizzadin! Geil. Verstehe ich euch nicht. Irgendwann kommt das so ein Formel 1-Fahrer. Irgendwann komme ich mit einem Pferdehelm. Übrigens filmst du gerade? Schweißfleck. Und was ist das? Das ist mein Endurser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das macht ihn alle so schwer. Das ist die beste Firma von der Welt. Oje! Schau mal, ob er einen Endurser hat. Anderl, hast du einen Endurser? Ja, mein Papa, der endurst immer unser Auto. Unser Tempus. Sein Papa heißt Audi. Musst du mit den Schüsseln klopfen. Hört sich fast so an, als hätte ich es auf einmal gespielt. Und woher hat er den Endurser? Ach ja! Ich muss mal die Klatze kützen. Kütz mal die Klatze. Mütze, Klatze, Mütze, Klatze. Mütze. Klatze. Ganz lieb. So, basteln wir mal so zwei coolen Rücken und Rücken. Und dann basteln wir mal so eine Frisur. Gute mal so Trades. Willst du, willst du Haare? Komm, lass uns das mal machen. Das sieht bestimmt voll cool aus. Was ist das hier? Das ist hier. Das ist die Klatze. Hahahaha. Hahahaha. Was ist das hier? Hahahaha. Hahahaha. Machen wir mal ein Foto. Hahahaha. Das will ich mir jetzt mal überlegen. Hahahaha. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Ich könnte vielleicht mal zuhören. Was wir das spielen. Hahahaha. Wichtig. Ich habe eine Lösung. Wenn sie gesagt, Look at me and the life you spread. Over the floor, when you had no breath, you were finding an illusion.